Mich ärgert das sehr. Vier Minuten haben gefehlt, um mal zu Null zu spielen international. Wir kommen der Sache näher, aber jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition. Wir hätten aber eine sehr gute haben können, das stimmt. Wir wissen auch, dass es gefährlich werden kann, gerade auswärts. Ich glaube, St. Petersburg ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Vor den Fans dort müssen wir aufpassen, fokussiert sein. Aber wir haben heute gezeigt, dass wir die Mannschaft beherrschen können. Und ich bin optimistisch, dass wir auch im Rückspiel eine gute Leistung zeigen können. Was sollen wir machen? Klar, es ist uns bewusst, dass es noch mal eine ganz schwierige Kiste wird auswärts. Aber wir haben gewonnen, das ist doch schon mal ein großer Schritt. Es ist ja keine Zwieback-Kreistruppe hier. Es ist ja die Achtelfinale der Europa League. Es ist klar, dass es nicht einfach ist. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Jetzt müssen wir einfach auf das Durchschnitt fokussieren. Aber das Spiel wird nicht einfach, klar. Aber wir sind bereit und wir wollen weiterkommen.